Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Daniel Gögelein und der gesamten Crew von Schülerbüro Airways heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord von Besser14. Ihre Sicherheit liegt uns sehr am Herzen. Deshalb bitten wir Sie nun um Ihre Aufmerksamkeit für einige wichtige Sicherheitshinweise. Bitte vergewissern Sie sich nun, dass Ihr Gepäck sicher in den Geschlechter getrennten Turnhallen verstaut ist. Bitte beachten Sie außerdem, dass während Workshop-Phasen und anderen Veranstaltungen alle elektronischen Geräte stumm gestaltet sein müssen. Bitte bleiben Sie in Ihrer Position innerhalb des Schulgeländes, bis wir am Sonntagnachmittag unser endgültiges Ziel erreicht haben. Unser Kongressgebäude verfügt über 18 Notausgänge. Diese sind durch grüne Exit-Schilder gekennzeichnet. Folgen Sie im Brandfall den Anweisungen der BesserCrew und verlassen Sie geordnet das Gebäude. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass alle Schülerbürokongresse nicht Raucherkongresse sind. Das Rauchen ist für über 18-Jährige nur in den gekennzeichneten Bereichen gestattet. Bitte beachten Sie, dass dieses Verbot auch in den Waschräumen und Toiletten gilt. Sollte die Stimmung auf dem Kongress überraschend abfallen, erscheint automatisch das Spieleteam auf der Bildfläche. Beziehen Sie ein Mitglied des Spieleteams an sich heran und atmen Sie tief durch. Für Unterhaltung ist ab sofort gesorgt. Helfen Sie anschließend Mitreisenden, die noch Langeweile verspüren. Für jeden Passagier hält dieser Kongress ein T-Shirt bereit. Diese holen Sie bitte am Samstag auf der Ständemeile selbstständig am T-Shirt-Stand ab. Stülpen Sie das T-Shirt über den Kopf und ziehen Sie es anschließend straff am Körper hinab. In Rahmen unseres Bordservices werden zu den Abendstunden Alkohol und gerstenhaltige Getränke ausgeschenkt. Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nur für Reisende über dem 16. Lebensjahr gilt. Mitgebrachter Alkohol ist zu keinem Zeitpunkt an Bord von Besser 14 erlaubt. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie ferner, dass den Anweisungen der Besser-Crew zu jedem Zeitpunkt Folge zu leisten ist. Weitere Informationen zum Ablauf und zur Sicherheit auf dem Kongress finden Sie in der Mappe vor sich. Außerdem steht unsere Crew am Infopoint für Fragen und Probleme jeder Art zur Verfügung. Meine Damen und Herren, unser Kongress ist nun bereit zum Start. Bitte ziehen Sie nun nochmal Ihr Kongressbändchen fest und nehmen Sie eine aufrechte Sitzposition ein. Kapitän Daniel Gögelein und seine gesamte Crew wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und einen unvergesslichen Kongress. Vielen Dank und einen guten Flug.